Zuerst mal Applaus für unseren Martin. Martin, ich bin bei dem Wendt AC Absolut. Martin ist auch Fraktionsvorsitzender der Linken im Freitag in Märzisch. Das zeigt man wieder, dass die Linke eigentlich alles können, auch singen. Aber es braucht jetzt keiner mehr Freitag zu bekommen, ich werde nicht singen. Ich darf Sie im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen herzlich begrüßen. Wir dachten, es kämen ein paar mehr Leute, aber bei dem Wetter ist das zu entschuldigen. Und ich darf Ihnen jetzt zuerst von meinen Kolleginnen und Kollegen vorstellen. Die Birgit Honkert. Die Barbara Spaniel. Der Wolf-Linster. Und wenn der Mann, den ich dich vorstellen muss, aus Kalassensee. Prof. Dr. Heinz Bierbauch. Der Arske Schramm. Der Lothar Schnitzler. Und die Heide Kogler. Mein Kollege, falls die Jogi ist für heute entschuldigt. Wir freuen uns, dass wir eben trotz dieses Wetter, als heute hier erschienen sind. Und ich möchte einige...